Führung und Vertrieb. Beides hängt jetzt dann doch unmittelbar miteinander zusammen. Die Frage ist nur, wie? Und das ist auch wieder hier eine direkte Reaktion auf Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben, beziehungsweise mich per E-Mail erreicht haben. Denn da ging es darum, dass Leute sagen, das Vertriebsteam an sich arbeitet gerne zusammen und es macht auch wirklich Spaß. Und dann kommt die Führung. Und dann, wie ich hier aus einer E-Mail, natürlich wie immer halte ich diese E-Mail alle vertraulich, aber da wurde mir von einem Fall geschrieben. Da wurde gesagt, das ist wirklich ein tolles Team, was hier arbeitet. Ich arbeite gerne, fahre auch gerne zu meiner Arbeit. Durch die Führung habe ich von zwölf Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr vier verloren. Allesamt sind explizit wegen Führungsverhalten gegangen. Und jetzt überlegt diese Person eben genauso zu gehen. Was läuft da falsch? Warum gibt es so viele Probleme zwischen Führung und Vertrieb? Denn alle wissen, wir müssen zusammenarbeiten in dem Bereich. Es gibt mal so ein paar Beispiele dafür. Preise durchzusetzen natürlich. Das macht natürlich primär der Vertrieb. Aber natürlich müssen Preise auch irgendwo kalkuliert werden. Es müssen Rahmenrichtlinien gegeben werden. Es müssen Ziele gesetzt werden. Dazu brauchen wir gute Führung. Auch Verhandlungen, die geführt werden müssen bei vielen Kunden ab einer gewissen Größe und auch ab einer gewissen Wichtigkeit. Fährt dann zum Beispiel die Führungskraft mal mit oder unter anderem, das kennen einige, die im Vertrieb arbeiten, da wird dann mal gesagt, ja, die Vertriebsleitung fährt mit zum Kunden. Spannend hierbei ist, wenn man Menschen nicht anonym befragt, ob das in Ordnung ist, dann sagen die meisten, ja, passt schon. Also mehr als das kriegt man meistens auch nicht. Fragt man Menschen anonym, ob es gut ist, wenn die Führungskraft, also die Vertriebsleitung mit zum Kunden fährt, kommt meistens um Gottes Willen, bitte bloß nicht. Und auch über diesen Aspekt werden wir sprechen. Denn Strategien zu entwerfen, und auch das ist ein ganz klares Führungsthema, sind einfach Dinge, die von der Führung geleistet werden müssen. Und wenn sie nicht geleistet werden, gibt es unabdingbar Probleme. Und wir wollen über diese Probleme sprechen und natürlich wie immer auch Lösungsansätze hier finden. Punkt eins ist erstmal, oftmals stehen die Führungskräfte nicht in der Praxis, wie eben die Menschen im Vertriebsstum. Das heißt übrigens nicht, ich meine, es gibt den Fall natürlich, wo Führungskräfte gar keine Ahnung haben von dem, was der Vertrieb macht. Diesen Fall hingegen sehe ich mittlerweile seltener. Also, dass die Leute völlig ahnungslos sind, weil dann geht es natürlich schief, weil man sich überhaupt nicht auf einer Ebene unterhalten kann. Die meisten haben ungefähr eine Ahnung, nur eben meistens eben auch ungefähr und damit nicht genau. Die meisten haben eben auch selten Kontakt zu Kunden, insbesondere zu Endkunden, dann mit denen gesprochen wird, dann entscheidern dort auf dieser Ebene, Entscheiderinnen und Entscheidern dort. Also, warum dann zum Kunden gehen? Dieses Problem wird oftmals gesehen als etwas, wo Leute sagen, ich habe eine Gesprächsstrategie und dann wird mir quasi in die Parade gefahren, während ich vor Ort bin. Und da kommen wir direkt zum zweiten Problempunkt. Die Absprache zwischen Vertrieb und Führung ist oft schlecht und oft nicht mal vorhanden. Jetzt werden viele sagen, doch, besprechen wir uns schon ab. Und jetzt müssen wir natürlich klar sagen, was ist denn eine vernünftige Gesprächsvorbereitung? Ich gebe mal jetzt ein Live-Beispiel. Ein Beispiel aus der Realität, eine Firma mit viel ingenieursgetriebenen Abteilungen. Da wird gesagt, wir haben einen wichtigen Kunden, wir treffen uns nächsten Mittwoch, lass uns eine Woche vorher zusammensetzen, damit wir das Ganze vernünftig vorbereiten und besprechen. Dann können wir die Folien durchgehen und so weiter und so weiter. Prima. Man hat einen Termin, Mittwoch, eine Woche vor dem Termin, 14 Uhr. Mittwochmorgen ruft die Führungskraft an, oh, wir haben so viel auf dem Tisch gerade, heute 14 Uhr passt gar nicht, lass mal morgen früh machen. Donnerstagmorgen wird der Termin angesetzt, Donnerstagmorgen, fünf Minuten vor Meetingbeginn. Die Vertriebsperson ist bereits im Meetingraum, bekommt einen Handyanruf, du schaffe ich heute nicht, bin heute doch länger da und da unterwegs. Von daher, also heute ist auch ganz schlecht, dann lass uns das morgen mal machen. Also Freitag am besten nachmittags. So, dann Freitag, 14 Uhr wird angesetzt, Freitag, Mittag, komm, du, heute muss ich mal früher nach Hause und war so eine lange Woche, lass das Montag machen. Montags sind dann die ganzen Montagsmeetings gewesen, die allesamt länger gehen, da fühlt es auch unter den Tisch. Und Dienstag war der Nachlauf der Montagsmeetings und dann hieß es halt plötzlich, du, wir treffen uns einfach vorher und auf der Fahrt zum Kunden, da besprechen wir das dann. Und wissen Sie, eine strukturierte und organisierte Gesprächsvorbereitung, die am besten noch mit einem Foliendeck passiert, im Hinblick auf Bedarfsanalyse, Lösungsfindung und dann noch Preisgestaltung inklusive Verhandlungstaktik eventuell, da kann man sich anderthalb bis zwei Stunden locker für Zeit nehmen und muss man auch, wenn es vernünftig sein soll. Wenn Sie sehr gut eingespielt sind, kann man vielleicht sagen, man schafft es in einer Stunde. Das wiederum ist schon wirklich selten. Wenn Sie auf dem Weg zum Kunden erst besprechen, was Sie vorhaben, dann ist es zum Scheitern vor Ort, dass es funktioniert. Sie werden a, nichts verschriftlicht haben, Sie werden nichts fixiert haben, Sie haben kein echtes Commitment. Kurzum, es wird vor Ort meistens nach dem Prinzip gehen und dann kommen Leute immer und sagen, ja, ich kann gut mit Menschen. Ich kann gut mit Menschen heißen, meistens die Führungskraft spielt sich in den Vordergrund, während die Vertriebsperson, die im Raum ist, innerlich zusammenbricht, weil man sagt, das sollte man jetzt nicht sagen, das ist nicht die richtige Reihenfolge, das ist nicht das, was wir jetzt sagen sollten. Und am Ende kommt man mit einem nicht zufriedenstellenden Ergebnis raus und wenn man durch Zufall doch ein gutes Ergebnis erreicht hat, dann läuft es auch folgendermaßen. Die Führung feiert sich für die Erfolge und die Misserfolge werden im Vertrieb weitergereicht. Professionelle Demotivation. Das Hauptproblem hierbei ist eben auch oft, dass die Rückendeckung eben oft aufgegeben wird, die der Vertrieb halt braucht, um einfach Geschäft zu sichern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel auch hier wieder. Es wird gesagt, also Vertrieb kommt zur Geschäftsführung und sagt, wir haben Kunden, die möchten aber 15% Rabatt haben. Und daraufhin sagt die Geschäftsführung, kommt gar nicht in Frage, 15% Rabatt, dann kriegen wir niemals einen Deckungsbeitrag raus. Das wiederum ist ja erstmal gut, eine klare Kante und eine klare Entscheidung. Besser als wischi waschi zu sagen, mal sehen, wir müssen mal, ich weiß nicht genau. Also klar zu sagen, wir geben den Rabatt nicht, das ist eine klare Entscheidung, das ist gut. Dann sagt die Geschäftsführung sogar noch, Mensch, am Wochenende bin ich im Business Club, da treffe ich jemanden von dem Kunden, dann spreche ich mit denen mal und helfe dir dabei. Auch das ist gut. Hilfe anzubieten, wichtig immer anbieten, nicht aufdrängen. Wenn der Vertrieb sagt, möchten wir nicht, wir machen es lieber selber, dann bitte auch zurücktreten. Man trifft sich also am Montag wieder im Büro, freudestrahlend sagt dann die Geschäftsführung, ja Mensch, wir haben den Deal, ganz tolle Sache. Übrigens, wir geben die 15%. Und daraufhin ist natürlich der Vertrieb völlig zu Recht stinksauer. Denn zum einen geht natürlich, wenn es ein Provisionsmodell gibt, das direkt von deren Provision ab. Sie greifen also ohne Rücksprache, läuten direkt ins Gehaltsmodell ein. Zweitens, machen sie sich als Führungskraft völlig unlaubwürdig, weil sie haben doch gerade erst gesagt, nee, Rabatte gibt es nicht, können wir uns nicht leisten, machen wir nicht. Jetzt machen sie es doch, sie brechen also ihre eigenen Regeln. Und drittens, wenn der Vertrieb vorher vor dem Kunden stand und sagte, diese Rabatte sind nicht realisierbar und sie geben die Rabatte dann doch, dann sagen sie ganz klar, ach du, wenn der Vertrieb dir Ärger macht, rufst du halt eine Ebene höher an. Da kriegst du die Rabatte, die du haben willst und damit greifen sie wirklich massiv in die Struktur des Vertriebs ein und vor allen Dingen verschenken sie ihre eigene Glaubwürdigkeit. Und diese Zielsetzungen sind eben oftmals sehr unterschiedlich. Wenn die Geschäftsführung zum Beispiel sagen würde, das ist ganz klar, wir brauchen jedes Geschäft um jeden Preis derzeit, dann ist es offen und ehrlich und der Vertrieb wird es auch verstehen. Nur, wenn natürlich gesagt wird, Vertrieb hat die jeweiligen Quartals und Monats und Wochen und was weiß ich Ziele und Jahresziele, die allesamt nicht angepasst wurden, egal welche Umstände es gab. Und gleichzeitig kommt dann die Führungsebene mit völlig anderen Zielen und die laufen dann diametral entgegen und die Führungsebene setzt sie ohne Rücksprache durch. Dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn Leute sagen, ich habe hierauf keine Lust mehr. Wie läuft es denn jetzt besser? Und das ist jetzt ganz wichtig, wenn sie eine Führungsmannschaft haben, also Punkt 1, eine Vertriebsleitung ist notwendig ab einer gewissen Größe eines Teams und wichtig, die Aufgabe der Vertriebsleitung ist nicht der Verkauf selbst. Natürlich sollten die Leute verkaufen können, ansonsten wirken sie unglaubwürdig. Natürlich sollten Leute Ahnung von der Materie haben oder sich dort einarbeiten lassen, ansonsten wirken sie unglaubwürdig. Und natürlich müssen die Leute, und das ist der Punkt eben jetzt der Vertriebsleitung, strukturell vorantreiben, dass man andere Menschen im Vertrieb erfolgreich macht. Wenn Sie Shootingstar-Vertriebler haben, Vertrieblerin oder Vertriebler, wenn Sie einen Shootingstar-Vertriebler haben oder eine Shootingstar-Vertrieblerin, die sich gerne nach vorne stellt und sagt, Mensch, guck mal, was ich erreicht habe, das sind ganz selten gute Führungskräfte, denn die Leute möchten selber den Ruhm abgreifen. Die Leute möchten selber zum Kunden gehen, die Leute möchten selber den Abschluss haben. Vertriebsleitung ist sehr viel Reporting, Zahlenarbeit, Menschenmanagement, Peoplemanagement, Motivation, Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement, Hilfe, um andere zu befähigen, erfolgreich zu werden. Und diese Leute bekommen dann auch den Erfolg. Man selber hat die befähigt und steht dann ruhig in der zweiten Reihe, wenn man es denn kann. Und das können eben viele im Vertrieb nicht. Viele Menschen im Vertriebsbereich möchten halt gelobt werden und sagen, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Und solche Leute, und da gucken Sie bitte mal auch in Ihre eigene Riege, wenn Sie die Ego-Menschen in die Vertriebsleitung hochhiefen, demolieren Sie Ihre eigene Vertriebsverteilung damit. Deswegen haben Sie relativ selten Menschen, die erfolgreich Vertrieb machen und dann erfolgreich Vertriebsleitung machen. Da braucht man immense Entwicklungsprogramme im Bereich Führung, Kommunikation und so weiter. Das fliegt Leuten nicht zu. Sie können auch sagen, learning by doing, ja, dann verlieren Sie ein Drittel Ihrer Abteilung mit einem massiven Schaden im Bereich Recruiting, Kundenglaubwürdigkeit, Kundenstanding, Umsatz, Ertrag. Das zahlen Sie dann in sechsstelliger Höhe, meistens sogar bei vielen Dingen siebenstellig, wenn es größere Deals sind. Da hätten sich vorher dann doch ein paar gute Coachings und Seminare eher mal gelohnt. Wie geht es jetzt besser? Also wichtig, erst mal Punkt eins, lassen Sie den Vertrieb autark arbeiten. Die Führung greift nicht ein. Das nennt sich vom Prinzip her Management by Exception. Sie greifen nur ein, wenn Dinge massiv schief laufen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel mitbekommen würden, nehmen wir jetzt mal an, Sie verkaufen, was weiß ich, Medikamente. Und Sie möchten diese Medikamente bei Ärzten zum Absatz bringen. Und dann kriegen Sie mit, dass Leute entgegen der gesetzlichen Lage Provisionen an Ärzte zahlen, was verboten ist. Oder andere Dinge geben den Ärzten, was nach Compliance verboten ist. Dann müssen Sie natürlich eingreifen und dann muss auch die Vertriebsführung eingreifen, schon vorher, die natürlich hier die volle Mitverantwortung trägt. Aber ansonsten wichtig, der Vertrieb arbeitet erstmal autark und wichtig, der Vertrieb wird immer gut geschult und eben auch sehr gut geführt. Dazu müssen Sie Leute ausfordern und weiterbilden im Bereich Vertrieb, Führung, Kommunikation und so weiter. Machen Sie das nicht, zahlen Sie das doppelt, dreifach, vierfach im Nachlauf. So, dann wichtig, Hilfe der Führung. Jetzt Punkt 2, Hilfe der Führung wird angeboten, aber eben nicht aufgedrängt. Wenn Sie sagen, ich biete Hilfe an und Leute sagen, nein, bitte auch nicht beleidigt sein. Bitte auch nicht dann bewusst den Fehler suchen, was ich öfters gesehen habe und den Leuten am Ende sagen, ich habe es ja gleich gesagt. Also wichtig, Hilfe anbieten gerne, aber eben nicht aufdrängen. Es ist wirklich eine Hohlschuld, keine Bringschuld der Führung. Viele Führungskräfte hingegen möchten sich selber auch so ein bisschen darstellen. Das meine ich jetzt in dem Fall gar nicht negativ, die möchten sich halt einbringen. Nur manchmal passt es an der Stelle tatsächlich nicht. Und wichtig hierbei, und das ist der dritte Punkt, die Führungskräfte lassen sich, wenn sie Hilfe anbieten, von den praxiserfahrenen Leuten führen und sind lernentätig. Wenn Sie mit jemandem mitfahren, mit einer Person, die pro Jahr 50, 60 Kundentermine hat, das am besten noch über fünf Jahre. Und Sie haben in fünf Jahren zehn Kundentermine. Dann lassen Sie sich bitte von der anderen Person sagen, die ja bereits erfolgreich ist, sonst wäre sie ja längst nicht mehr da. Und wenn sie nicht erfolgreich ist und doch noch da wäre, dann wäre es schon wieder eine Führungsfehlentscheidung und damit auch dann eben Ihr Fehler als Führungskraft. Lassen Sie sich bitte von den erfahrenen Leuten erzählen, wie laufen erfolgreiche Gespräche beim Kunden? Wie eröffnen wir? Wie spielen wir uns die Bälle zu? Wie leiten wir über? Welchen Punkt erwähnen wir in welcher Reihenfolge? Wie gehen wir damit um, wenn der Kunde Tricks anwendet? Bestimmte Themen spielt, in denen wir nicht so gut aufgestellt sind? Wie gehen wir in die Einwandbehandlung? Welche Alleinstellungsmerkmale bringen wir? Welche Preisstruktur haben wir? Welche Preisstrategie haben wir? Welche Verhandlungsstrategie haben wir? Möchten wir alles vor Ort lösen? Sind wir auch in der Lage, Dinge eventuell zu vertagen? Also Sie sehen, diese Vorbereitung geht nicht so ohne weiteres und auch nicht so schnell. Aber, und das ist das Gute, sie ist halt wirklich machbar. Und wenn Sie das machen, und das ist keine Raketenphysik, das ist schlichtweg gute Arbeit, das muss Ihnen einmal ordentlich vermittelt werden, durch Training, durch Coaching, wie auch immer. Aber wenn Sie das einmal ordentlich etabliert haben und Ihre Leute gut ausfordern und weiterbilden, haben Sie den Vorteil, dass die Leute höher motiviert sind, die Zusammenarbeit zwischen Führung und Vertrieb deutlich besser ist. Und dadurch bekommen Sie automatisch eine höhere Produktivität in Ihrer Vertriebsabteilung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Implementierung in Ihrer Organisation und für diese Woche erst einmal vielen Dank für Ihre Zeit.